ja hallo ja eine kurze info konrad episode 1 ist draußen link ist unten in der video beschreibung schaut's unbedingt an anschauen unbedingt es ist abgefahren es ist blutig es ist geil showblow horror videos link unten konrad episode 1 und es geht auch weiter bald mit episode 2 3 4 5 6 oh mein gott ja viel spaß und lasst einen daumen dort und ja man hört sich hier noch ja bis dann